ARD Text im Auftrag von Funk Dieses Land und seine Dreckschilder! Für jeden Dreck gibt's hier ein Dreckschild! Denkst du dran, die geliehene Badehose noch zurückzugeben? Ich denke an nichts anderes. Lass uns jetzt ein scheiß Brötchen kaufen gehen, dann gibt's mir den Kredit. Der Chilali ist beschnitten, der alte Taliban! Wow! Was ist denn das? Das ist das Neueste auf dem Markt. Das kühlt doch im Sommer. Ey, das ist ein Baby. Selbst die Al-Qaida setzt den Babys kein Kopftuch auf. Was für ne krasse Scheiße willst du Opfer trinken? Lust auf etwas? Dart? Ich seh leider gar keine Scheibe. Katie, was willst du hören? Wie wärs mit stillen Nacht? Wenn jetzt einer Bongos spielt, dann geh ich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017